Wir haben eine neue Fräsmaschine bekommen, eine 5-Achs-Fräsmaschine der Firma Deckelmao Gildemeister, also eine DMG DMU75 Monoblock. Bei der neuen Maschine haben wir hauptsächlich die Vorteile, es ist eine 5-Achs-Maschine. Von daher können wir manche Teile, die wir vorher auf der 3-Achs-Maschine gefertigt haben, nur auf die 5-Achs-Maschine nehmen und somit auch teilweise manche Spannungen mindern. Wir sparen einige Arbeitsschritte, oft haben wir auf unterschiedlichen Maschinen gefertigte Teile, wo wir jetzt einfach auf der Maschine viel weniger Arbeitsschritte benötigen. Wir können hochmoderne Werkzeugeinsätze, Hochvorschubfräser, innengekühlte Bohrer und so weiter, wenn wir schwer zersparenbare Werkstoffe haben, dann geht es einfach viel leichter, viel besser, viel schneller, viel präziser auf dieser neuen Maschine. Vieles ist auch ein Erfahrungswert an der Maschine, das heißt, durch die Schulung kriegen die Mitarbeiter, die jetzt noch wenig mit 5-Achs zu tun haben, zwar die Grundkenntnis mit, aber das umfangsreiche Kenntnis, die lernt man dann wirklich erst dann Stück für Stück mit Erfahrung. Wir freuen uns riesig, dass wir so ein modernes Gerät bekommen haben und es ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Wir werden da viel effektiver, präziser Qualität produzieren können. Vielen Dank.